Also, unser Teamname ist Big Hero Six. Alle fanden ihn toll. Ohne Ausnahme, wenn ich das sagen darf. Au! Ich wurde über die Notwendigkeit ärztlicher Behandlung... Nein, mir geht's gut. Mir geht's echt gut. Und fertig. Fred, ich glaube, das wird dir gefallen. Wow, ein Superheldenchip. Ich bin jetzt in der Lage, Unschuldige zu verteidigen und andere heldenhafte Dinge zu tun. Auf die Kraft der Sex! Balalalala. Nicht, was ich im Kopf hatte, aber du hast deinen eigenen Stil. Na toll, wir dürften gar nicht hier sein. Verstecken wir uns. Ich bin groß und schwer zu verstecken. Ich werde etwas Luft ablassen. Ja, keine Zeit dafür. Hm. Ach, wie gemütlich. Hm. Was mache ich bloß mit diesem ehemaligen Studentenlabor? Hm, es sollte jemand bekommen, der die Regeln befolgt. Jemand, der nicht versucht, einen Roboter als Möbelstück zu tarnen. Sie können jetzt rauskommen, Mr. Hamada. Er ist nicht hier. Sofort. Habe ich mich nicht klar ausgedrückt, als ich Ihnen sagte, der Zutritt zum Labor sei untersagt? Ja, ja, Professorin Granville. Hallo, ich bin Baymax. Das habe ich vermutet. Folgen Sie mir bitte. Gleichgewicht, Mr. Hamada. Schwer zu erreichen. Und noch schwerer aufrecht zu erhalten. Nur eine kleine falsche Entscheidung und... Ihr Bruder hat sich nie durch irgendetwas ablenken lassen. Sie können also Tadashis Beispiel folgen oder Sie gehen einen anderen Weg. Mit ihm. Zeigt sie gerade auf mich? Fühlt sich nämlich so an. Sie haben die Wahl, Mr. Hamada. Wuh, das war echt gruselig. Dein Puls ist beschleunigt. Möchtest du dich vielleicht hinsetzen? Ja, sehr gerne. Deine Neurotransmitter weisen darauf hin, dass du angespannt bist. Ah, Shiatsu. Cool. Hi, Shiatsu. Also Hiro, was meinst du? Wir holen uns ein paar Nudelburger, stellen Baymax Rüstung fertig und bereiten unsere Nachtwache vor. Nein, das geht nicht. Kein Problem. Yakitaco ist eh gesünder, zumindest laut der Yakitaco-Website. Nein, warte, ich... Wenn's um die Tacos geht, ich bin noch offen für Pizza. Also ich hatte eine zum Mittag, aber für dich würde ich... Fred, hör zu, ich... Ich muss mich darauf konzentrieren, das Richtige zu tun. So wie Tadashi. 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 So wie Tadashi.